Ich möchte nun gleich zu einem Lied ausholen, an das sich die Jüngeren unter uns vielleicht nicht mehr erinnern können. Es ist eines meiner Jugendwerke. Es beschreibt ein etwas aus der Mode gekommenes Möbelstück, das mir aber dennoch sehr ans Herzen gewachsen ist. Mein Kanapé. Mein Kanapé ist mein Vergnügen, darf ich mir was zugute tun. Darauf kann ich recht bequemer liegen, in meiner ausgestreckten Ruh. Tut mir's in allen Gliedern weh, dann leg ich mich auf, dann leg ich mich auf, dann leg ich mich auf mein Kanapé. La 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 la, la 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 la, dann leg ich mich auf mein Kanapé. Ich mag so gerne Koffee tränken, für wahr man kann mir mit dem Trank auf eine halbe Meile winken. Und ohne Koffee bin ich krank, doch schmeckt mir Koffee, schmeckt mir Tee. Am besten auf, am besten auf, am besten auf, am besten auf meinem Kanapé. La 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 la, la la la, am besten auf meinem Kanapé. Ein Pfeifchenknaster ist mein Leben, denn dieser himmelsblaue Rauch kann meiner Seele Lapsal geben. An manchem kalten Wintertag, ich rauche, wo ich geh und steh, auch liegend auf, auch liegend auf, auch liegend auf, auch liegend auf dem Kanapé. Wobei mir meine ersten beiden Kanapés abgebrannt sind, ich habe aber jetzt ein drittes auf meinem Teudelmarkt gefunden. Wenn ich mich in die Länge strecke, so setzt sich mein Schätzchen zu mir und hält mir anstatt einer Decke zwei lilienweiße Käschen für. Das kitzelt in der großen Zeh auf meinem Lieben, auf meinem Lieben, auf meinem Lieben Kanapé. Sollte ich auf diesem Lager sterben, so halte ich wie ein Lähmchen still. Ich weiß, mein Geist kann nicht mehr verderben. Er spricht heran, es geschehe dein Willen, die Seele schwingt sich in die Höhe. Der Leib bleibt auf, der Leib bleibt auf, der Leib bleibt auf dem Kanapé. La 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 la, la 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 la, der Leib bleibt auf dem Kanapé. Ich mache jetzt eine kleine Pause für die, die ihre Eintrittskarten zu Hause gelassen haben und die keinen Parkplatz gefunden haben. Wir müssen jetzt auch einen Sitz finden. Ist das geschehen? Dann herzlich willkommen. Wir müssen jetzt auch einen Sitz finden.